Über den Besuch von Angela Merkel beim US-Präsidenten Donald Trump möchte ich mit Jürgen Hart sprechen. Er ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Guten Tag. Guten Morgen, Herr Waldmann. Wie lange wird denn eigentlich das Vier-Augen-Gespräch dauern? Die Kanzlerin hat sich vorgenommen, ihre ganze Zeit in Washington im Weißen Haus zu verbringen. Es wird ein relativ kurzes Vier-Augen-Gespräch geben. Es wird dann ein längeres, möglicherweise auch länger werdendes Gespräch werden mit einer kleinen Delegation. Da werden auf amerikanischer Seite auch wichtige Minister und der Vizepräsident teilnehmen. Und dann wird es in Essen geben, wo Wirtschaftsvertreter mit dabei sind. Denn es geht darum, den Amerikanern klarzumachen, wir sind in Wirtschafts- und Handelsfragen ebenso ein verlässlicher Partner. Wie wir das in der Außen- und Sicherheitspolitik sind. Und 700.000 Jobs in Amerika, wir hängen von deutschem Investment ab. Und das sind die bestbezahlten Jobs der jeweiligen Branchen. Also von daher haben wir was zu bieten. Sie sagen, es wird nur ein kurzes Treffen zwischen Merkel und Trump geben. Was meinen Sie damit kurz? Also sie wird die ganze Zeit im Weißen Haus verbringen. Ich glaube, dass sie unter vier Augen relativ kurz miteinander reden werden. Und dass da der Kreis recht schnell erweitert werden wird, um diejenigen, die auf Trumps Seite die engsten Berater sind. Und eben auch die Bundeskanzlerin mit ihrem Stab aus dem Bundeskanzleramt und dem Regierungssprecher und dem Botschafter. Und dann wird man wahrscheinlich sehr schnell in konkrete Themen einsteigen. Ich glaube, es ist ein guter Auftakt für viele weitere Gespräche, die dieses Jahr stattfinden werden. Ich gehe davon aus, dass die Kanzlerin den Präsidenten sowohl in Brüssel beim NATO-Gipfel als auch beim G7-Gipfel in Italien, als auch natürlich dann beim G20-Gipfel in Hamburg wiedersehen wird. Und dazwischen wird man wahrscheinlich über das eine oder andere telefonieren. Und solche Gespräche sind immer gut, um eine Grundlage zu legen, dass man dann im Zweifel am Telefon sich schnell auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann. Und zu diesem Rhythmus in der Zusammenarbeit wird man sicherlich auch mit dem neuen Präsidenten finden. Ein kurzes Treffen also nur. Dabei ist die Agenda sehr lang. Es geht ja über die Handelsbeziehungen, über die Außen- und Sicherheitspolitik, vielleicht auch über Fragen des Klimawandels oder überhaupt über das Demokratieverständnis. Also da gibt es viel zu besprechen, aber offenbar wenig Zeit, dieses auch tatsächlich zu tun. Welche Rolle spielen denn bei solchen Begegnungen eigentlich die persönlichen Sympathien? Ich glaube, dass die Kanzlerin professionell genug ist, das, was der Präsident im Beikampf gesagt hat, auch als solches einzusortieren. Sie hat ja bereits zweimal mit ihm telefoniert. Das waren sehr freundschaftliche, sehr ergiebige Gespräche. Es hat am Ende des zweiten Telefonats ja sogar eine gemeinsame Presseerklärung des Weißen Hauses und des Kanzleramtes gegeben. Also eigentlich beste Voraussetzungen dafür, dass man sich jetzt wechselseitig zuhört. Dass man auf die Argumente eingeht und dass man sich vor allem respektiert und achtet als zwei Personen, die beide große Macht haben, aber die natürlich auch in erster Linie ein Stück weit die Verantwortung auf ihren Schultern spüren, die sie für die Geschicke haben. Und ich glaube, in diesem Geiste wird die Kanzlerin das Gespräch führen. Und es wird ihr, glaube ich, vor allem darum gehen, deutlich zu machen, dass wir zwischen Amerika und Europa keine Handelsauseinandersetzung brauchen, keinen Streit über Zölle oder Einfuhrsteuern, sondern dass wir weiter an dem Projekt arbeiten sollten, die Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA zu vertiefen. Die Amerikaner würden sich wünschen, das bilateral mit Deutschland zu machen. Dann ist natürlich Amerika immer der stärkste Partner in diesen Diskussionen. Europa ist ökonomisch gesehen eine vergleichbar große und starke Wirtschaftsmacht wie die USA. Wir setzen ganz klar darauf, dass die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten verbessert werden und dass wir da auf Augenhöhe zu guten Ergebnissen kommen. Ja, da wird die Kanzlerin viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Kanzlerin ist ja bekanntlich für das TTIP-Abkommen, Trump bekanntlich dagegen. Aber es gibt natürlich auch Differenzen bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Was fürchten Sie eigentlich mehr als Koordinator der transatlantischen Beziehungen? Ein Handelskrieg oder Auseinandersetzungen in der Außen- und Sicherheitspolitik? Zunächst einmal glaube ich, dass der Präsident nicht generell gegen das Handelsabkommen mit Europa ist. Er will ein faires Abkommen. Das ist im Sinne des Pazifik-Abkommens aus seiner Sicht nicht gegeben. Deswegen hat er das gekündigt. Aber er hat sich zu TTIP bisher nicht in dieser Regieridenweise geäußert. Ich glaube, es könnte ein Ergebnis des heutigen Gesprächs sein, dass die Gespräche im Grundsatz weitergeführt werden. In der Außen- und Sicherheitspolitik haben wir bereits vom Vizepräsidenten und von den Ministern für Äußeres und Verteidigung ja klare Signale bekommen, dass die NATO zu ihrer Beistandsverpflichtung in Europa steht. Wir haben unsererseits bestätigt, dass wir das, was wir vor zweieinhalb Jahren in Wales zugesagt haben, nämlich dass wir unsere Verteidigungsanstrengungen erhöhen in Richtung 2-Prozent-Ziel, dass wir diesen Weg konsequent vorangehen. Und ich glaube, deswegen ist bei diesem Thema die große Anspannung raus. Ich habe auch beobachtet, dass der amerikanische Präsident, der ja zunächst sich kritisch geäußert hatte über Truppen im Ausland, auch nichts dagegen unternommen hat, dass just zu seinem Amtsantritt diese amerikanische Panzerbrigade nach Polen und in andere östliche NATO-Partnerländer verlagert wurde. Das sind alles positive Signale im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Trotzdem, Trump spricht ja zum Beispiel auch davon, dass die USA jetzt wieder Key gewinnen müssten. Donald Trump ist meines Erachtens keiner, der darauf setzt, Konflikte in der Welt militärisch zu lösen. Ich glaube, dass er schon jemand ist, der glaubt, dass man durch Verhandlungen, vielleicht auch aus einer Position der Stärke heraus, aber eben durch Verhandlungen, die Probleme der Welt lösen kann. Er wirft seinem Amtsvorgänger oder seinen Amtsvorgängern als Präsident vor, dass sie vielleicht zu sehr die militärische Karte auch gespielt haben. Von daher habe ich auf diesem Gebiet auch eine entsprechende Entspannung. Und ich glaube vor allem, dass das, was er in Sachen Russland-Politik vorhat, wo wir ja die Befürchtung hatten, es könnte etwas wie eine Männerfreundschaft zum Beispiel auf dem Rücken der Interessen des Volkes der Ukraine stattfinden, dass die amerikanische Administration in der Ukraine-Frage klar steht gegen diese völkerrechtswidrige Verletzung der Souveränitätsrechte der Ukraine. Das hat die neue UN-Botschafterin in der Generalversammlung der Vereinten Nationen ganz klipp und klar gesagt. Und ich weiß aus dem Weißen Haus, dass der Präsident mit Putin zwar zunächst über diese Dinge reden will, wo man gemeinsame Interessen hat, also zum Beispiel über die gemeinsame Bekämpfung des IS, aber dass er sich keine Illusionen oder gar romantische Vorstellungen macht über das, was der russische Präsident wirklich will. Na, dann schauen wir mal, was bei dem Treffen Merkel-Trump heute herauskommt. Jürgen Hart, vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen.